Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video ist ein bisschen ungeplant, beziehungsweise dieser Livestream, denn es gibt Neuigkeiten zu Sims 5, beziehungsweise nicht Sims 5, slash Project Renee. Es ist viel passiert und ich weiß noch fast gar nichts. Ich bin noch komplett ohne Information. Ich habe nur Überschriften gelesen, dass es irgendwie doch kein Sims 5 gibt oder doch Sims 5 gibt und ich habe keine Ahnung. Deswegen dachte ich mir, machen wir das zusammen. Ich bin gerade live auf Twitch. Hier an der Seite seht ihr die Zuschauer von Twitch gerade im Chat schreiben und wir schauen uns jetzt mal zusammen an, was es für Infos zu Sims 4 gibt, äh, zu Sims 5 gibt und was GameStar damit zu tun hat, weil GameStar hat einen riesen Beitrag veröffentlicht und auch ein Video dazu gemacht, das neun Minuten geht. Und ich dachte mir, wir schauen uns mal zusammen das Video an und reacten auf ein Video. Ähm, ich bin ja nicht die Meinungsbloggerin schlechthin, aber ich wollte das auch mal machen auf ein Video reacten und dachte mir, es ist eigentlich eine gute Gelegenheit, sich das mal anzuschauen, weil wie gesagt, ich weiß noch gar nichts über die Gerüchte, was Sims 5 angeht, ob es das noch geben soll, ob es das nicht mehr geben soll, was daraus passiert ist. Aber wir schauen uns jetzt erstmal das Video an. Danach lesen wir auch die Zusammenfassung von unserer Top-Quelle und zwar Micha von SimTimes. Er hat immer die besten Informationen, deswegen schauen wir uns diese Quelle danach auch nochmal an und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mal rein mit dem Video und, ähm, gucken mal, was es so zu Sims 5 zu sagen gibt. Das ist auf jeden Fall, äh, die Quelle habe ich euch unten eingeblendet, damit ihr sehen könnt, was genau wir gerade gucken und, ja, schauen wir mal. EA streicht Sims 5, plant aber jede Menge KI-Projekte, Remnant 2 bekommt einen großen DLC und ein noch größeres kostenloses Update und Cheetah in Deadlock zeigt ihr am besten über Discord. Wir wollen nur Sims-Infos. Voll miteinander, ich bin Paul und gestern waren es noch 9 Grad und Regen, heute sind es 20 Grad und Sonnenschein, ich habe mich totgeschwitzt auf dem Weg zur Arbeit. Die News werden euch heute präsentiert von Razer. Können wir ein bisschen skippen. So, jetzt geht's los. Electronic Arts hat auf einer Investorenkonferenz gestern jede Menge neue Projekte angekündigt. Und die spannendsten davon gehen wir jetzt durch. Ihr könnt die Kapitelunterteilung unten nutzen, um zu einzelnen Themen... Es war nie geplant, dass Project Renee Sims 5 wird. Das hat das Sims-Team von Anfang an klargemacht. Sims 2, 3, 4 waren alle Ersatz für die Vorgänge, aber sie wollten Sims 4 eben nicht ersetzen. Ja, das stimmt schon, Anna. Allerdings ist es so, dass... Also ich war auch immer die Erste, die gesagt hat, Sims Project Renee ist nicht gleich Sims 5. Das war... Ihr könnt ja alle fragen. Ich meine, die Erste, die das gesagt hat, dass es nicht so ist. Aber es ist ja trotzdem ein neues Sims gewesen, was angekündigt wurde. Sie haben uns ja auch Sachen gezeigt, wie Möbel und auch schon in ersten Sneak, wie die Charaktere aussehen können. Also es sah ja schon original aus wie eine weitere Lebenssimulation. Und da sie bisher ihr ganzes Sims-Leben seit 25 Jahren Sims 1, 2, 3, 4 gemacht haben, ist man trotzdem davon ausgegangen, dass es ein Sims 5 sein wird. Das ist natürlich vom Namen her, es war von Anfang an Project Renee, da hast du absolut recht. Habe ich auch zum Beispiel oft gesagt und immer wieder erwähnt. Allerdings ist es so oder so jetzt Sims 5. Ich meine, die Leute haben immer... Die wissen genau, was damit gemeint ist, wenn wir jetzt von Sims 5 sprechen. Deswegen wird es wahrscheinlich trotzdem öfter mal fallen, das Wort jetzt. Aber es ist gut, dass du es nochmal erwähnst, absolut. Lea, Hallöchen. Ja, insgeheim werden es viele weiter Sims 5 nennen. Genau, und das ist ja auch nicht super schlimm, aber wir wissen ja, was damit gemeint ist. Ich versuche mich die ganze Zeit daran zu erinnern, dass es Project Renee ist, okay? Aber auch die großen Seiten, die haben es halt immer Sims 5 genannt. Und das ist halt auch einfach sehr schwierig, das komplett auseinanderzuhalten, obwohl wir es ja wissen. Themen zu springen, die euch interessieren. Ein großer Themenkomplex war künstliche Intelligenz. Mithilfe von generativer KI will EA Videospielcharaktere auch außerhalb ihrer Spiele in unsere Leben einfließen lassen. Zu Demo-Zwecken sprach die EA Sports FC 25 Version von Fußballer Jude Bellingham darüber, wie es ist, auf dem Platz vor tausenden Fans zu spielen. Und so sah das Ganze aus. Die richtige Fußballerantwort. Die Animationen sind zwar noch weit weg von der Realität, bei der Vorstellung geht es EA aber eher um die Interaktivität in Echtzeit. Wie interaktiv so eine Unterhaltung mit einem Fake Bellingham ist, können wir durch das Aufmerksamkeit... Und Hummel wie die Biene, willkommen im Stream, Hallöchen, sorry, ich hab irgendwie, ich hab's jetzt grad eben erst gesehen. Hallo, schön, dass du da bist, mach's dir gemütlich, sorry. Aufgezeichnete Video aber natürlich nicht bewerten. In der Präsentation sprach man davon, dass diese KI-Avatare von ganz vielen verschiedenen Charakteren uns auch im Alltag begleiten sollen. Man nannte sogar das Beispiel eines FaceTime-Anrufs mit den Eltern, wo die KI-Avatare dabei sind. Aber ich glaube, auf ein Gespräch zwischen mir, meiner Mama und Kratos hätte weder ich, noch meine Mama, noch Kratos so richtig Lust. Neben diesen Avataren wurde aber noch ein weiteres KI-Tool vorgestellt, mit dem man... Hummel, danke für dein Follow, ich freue mich sehr. ... ganz ohne Programmiererfahrung eigene Spiele bauen soll. Dafür tippt man einfach seine Wünsche in ein KI-Tool hinein und das baut daraus dann ein Spiel in Echtzeit. Zumindest in dieser Demo. In Wirklichkeit existiert diese Technologie noch nicht. Diese Demo ist eher ein Konzept und eine Wunschvorstellung des finalen Produkts. In der Demo sitzen anscheinend zwei Leute vorm Rechner und sie lassen nach und nach ein Level von der KI erstellen. Und dann hüpfen sie selbst als Charaktere hinein und starten eine runde Deathmatch. Spontan fügen sie dann noch weitere Regeln hinzu, die das Tool in Echtzeit umsetzt. Imagination to creation soll das Ganze heißen. Dass Electronic Arts an so einem KI-Tool arbeitet, ist nicht verwunderlich. Immerhin ist dieser Schritt sehr wichtig für ihren Rekrutierungsprozess. Denn dieses KI-Tool erweitert ja den Pool an Leuten, die ihre kreativen Ideen beisteuern und damit der Gaming-Branche neuen Aufschwung verleihen können. Auch Menschen mit Behinderungen oder Menschen aus Ländern, in denen es wenig geregelte IT-Ausbildungen gibt, können mithilfe so eines Tools einen Job in der Branche erlangen. Allerdings wundert mich etwas, warum man sich für diese Imagination to... Hallo Sumima, schön, dass du reinschaust. Mach's dir gemütlich und lass dir deine Pesto-Nudeln gut schmecken. Ja, hört mal wieder Großes vor. Ja, voll. Sowas gibt's ja schon mit Bildern und Fotos, die man kreieren kann mit KI. Ja, also ich nutze ja auch Canva für viele Sachen, für Thumbnails und solche Sachen. Und Canva hat auch sehr viele KI-Funktionen mittlerweile. Ist sehr, sehr spannend. Man kann echt viel abbilden darüber und es wird nur noch mehr. Also selbst für die Uni, habe ich euch ja schon gesagt, benutze ich sehr viel KI auch. Einfach wichtig. Ich brauche's. Also ich kann ohne Chat-GPT, bin ich echt aufgeschmissen, was Uni angeht. Natürlich ist das nicht schlimm, wenn wir das hier jetzt Sims 5 nennen. Es geht mir nur darum, dass jetzt alle ausrasten, weil es kein neues Sims-Teil geben wird. Aber EA meint von Anfang an, dass Blotjack Rene eben nicht der fünfte Teil werden soll. Aber alle tun jetzt so, als hätte EA Sims 5 gecancelt. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ich muss aber sagen, dass sie uns das schon sehr stark suggeriert haben. Also ich meine, ich weiß jetzt nach wie vor nicht, was jetzt gleich noch kommen wird. Ich meine, wir müssen uns auch den Artikel von SimTimes durchlesen. Aber was auf jeden Fall suggeriert wurde, war, dass es eine andere Art von Sims geben wird. Also ich meine, man hat ja sogar schon gesehen, wie sie durch Gegenden laufen und wie sie miteinander reden und so. Und Sims 5, Brojack Rene, hin oder her, es ist auf jeden Fall, wurde uns suggeriert, dass es einen neuen Sims-Teil geben wird. Und jetzt soll es vielleicht nicht mehr so sein. Das ist halt, glaube ich, das Thema. Natürlich sind die Leute jetzt sauer, weil sie denken so, hä, was ist jetzt los? Aber ich glaube, ich kann da mit dir besser drüber reden oder mit euch, wenn ich alles gesehen habe. Weil ich weiß immer noch nicht, was genau jetzt kommt. Also ich weiß immer noch nicht, ob sie es komplett gecancelt haben oder ob sie, also weißt du, ich weiß jetzt nur, was wir vorher gesehen haben. Brojack Rene, die Informationen, diese ganzen Livestreams von EA, was gezeigt wurde, der Baumodus und so. Und ich weiß jetzt, dass es scheinbar vielleicht gecancelt wurde. Aber viel mehr weiß ich noch gar nicht. Deswegen lass uns gerne noch erst mal fertig schauen und dann gleich drüber sprechen, weil für mich ist das alles Neuland gerade, was hier passiert. Ja, voll Sumi, man kennen, war es so stark geworden mittlerweile. Ja. Ja, das glaube ich auch, dass es sehr hardwareaufwendig ist. Michell Hallöchen. Aber es ist ganz witzig, dass sie an sowas arbeiten. Make it more epic, ohne dem Tool zu sagen, was genau denn epischer gemacht werden soll. Naja, aber anscheinend waren die beiden Demo-Leute sehr zufrieden mit ihrer Pappkarton-Pyramide. Als nächstes erlebt das Sims-Franchise einige große Veränderungen. Vielleicht hätte ich das gleich mal starten sollen, ne? Denn tatsächlich wird es wohl kein Sims 5 geben. Stattdessen wolle man Sims 4 als Plattform weiter ausbauen. In Zukunft sollen die Sims 4, das sich in Wirkung befindlicher Project René, MySims und ein neues Mobile-Game mit dem Codenamen Project Stories alle Zugriff auf die gleichen Creator-Tools, Inhaltsgalerien, Marketplaces und Social Networks erhalten. Dadurch sollen diese vier Sims-Spiele direkt miteinander verbunden sein. Hä? Wie genau das alles aussieht, funktioniert und vor allem, wann es an den S*** verbunden sein, wie genau das alles ist. Ja, aber das ist doch genau das, was ich gerade meinte. Also, das ist jetzt das, was nämlich, glaube ich, die größte Verwirrung schafft überhaupt, dass die ganze Zeit gesagt wird, es gibt kein Sims 5 und alle denken, Project René wurde gecancelt. Weil das habe ich jetzt ja auch gedacht. Ich habe jetzt gerade bis jetzt zu dieser Sekunde gedacht, Project René wurde gecancelt. Weil alle, wie Anna schon sagte, alle Project René als Sims 5 betitelt haben. Aber Project René ist ja am Start. Also, das ist ja mega der Pain. Alle, die sich jetzt... Oder bin ich liege ich jetzt falsch? Es ist doch so, dass Project René weiterhin produziert wird. Das, worüber wir gesprochen haben, was sie... Aber genau, Anna, dann hast du... Also, das war ja das, was ich eben meinte. Ich habe diesen Kontext ja nicht gehabt jetzt. Aber das ist ja so irreführend für jeden, der... Soll ich euch mal mein Thumbnail für später zeigen? Soll ich euch mal mein Thumbnail zeigen, was ich gemacht habe? Pass mal auf. Das ist mein Thumbnail. Es wird kein Sims 5 geben. Weil ich auch dachte... Aber es ist ein guter Thumbnail. Ich lasse es, weil... Dann klicken vielleicht wirklich Leute drauf, die sonst nicht meine Videos schauen. Und dann hören sie das nämlich, dass Sims 4 ein eigenständiges Spiel ist natürlich. Dann gibt es kein Sims 5, aber Project René. Ja, verstehen die meisten, glaube ich, falsch. Project René kommt, aber eben als zusätzliches Spiel. Und Sims 4 wird weiter unterstützt. Genau, und das ist ja so toll. Aber das ist doch genau das, was wir wollten. Wir wollten ja Sims 4 weiterspielen. Ich glaube nicht, dass... Also, ich weiß, dass wir sehr viele Menschen in dieser Community haben, die Sims 4 schon so lange spielen und auch so viel Geld reingesteckt haben. Und keiner von uns möchte dieses Geld in den Sand gesetzt haben. Wir wollen alle noch, dass Sims 4 produziert wird. Und was hätte passieren können, wenn wirklich ein Sims 5 gekommen wäre? Wenn sie Project René in Sims 5 umgewandelt hätten, dann hätte es passieren können, dass Sims 4 nicht mehr supportet wird. Und das wäre ja der Untergang. Also, wie schlimm wäre das für uns, die ja so viel Geld in dieses Spiel investiert haben? Und eigentlich ist das ja eine richtig gute Wendung, weil wir ja hier trotzdem unser Project René kriegen. Project René ist eine Art von Sims. Holy, holy. Aber es wird nicht Sims 5 sein. Es wird nicht so sein, dass eine neue Generation kommt und die alte abgeschlossen wird. Sondern an der alten Generation wird weitergearbeitet. Ich lese jetzt mal eure Nachrichten, die ihr geschrieben habt. Hab ich gemacht, Schlawina Maus. Ich hab mich für die Version angemeldet. Ja, Astralia Hallöchen. Den kann ich euch auch empfehlen. Ihr könnt euch zum Testen anmelden bei denen. Das ist ziemlich cool. Ja, interessant. Unterschiedliche Sachen. Sarah, Hallöchen. Ja, Miss Wummer, Hallöchen. Das ist nämlich genau das, weil auch die ganzen Seiten, die haben immer Project René, RKA, a.k.a. Sims 5. Und deswegen sind wir jetzt alle so geschockt, dass Sims 5 nicht geben wird. Aber es ist eigentlich, also um das jetzt mal zusammenzufassen, eigentlich kann es uns komplett egal sein, dass es Sims 5 nicht geben wird, weil das hat ja, also das ändert ja nichts am Spielspaß. Also wir haben Sims 4 und es soll ein neues Sims-artiges Game kommen. Ist doch geil. Sims Mobile auch noch? Cool. Also why not? Oder? Mit Sims 5 wieder von vorne anfangen? Puh, das wäre ja echt was. Und das wollen die wenigsten von uns. Das wollen die wenigsten von uns. Aber wir wollen gern was Neues. Wir wollen endlich mal was Neues. Wir wollen eine andere Lebenssimulation. Etwas wie zum Beispiel Insoy. Insoy ist ein eigenständiges Spiel. Insoy ist ein neues Spiel. Insoy ist eine Lebenssimulation. Richtig cool. Und es wäre auch geil, wenn Project René dann irgendwann, keine Ahnung, The Sims Simulation heißt, oder was weiß denn ich, ist dann auch ein neues Sims. Ist doch cool. Also es muss ja nicht, also es hat ja auch viele Nachteile, immer weiterzumachen. Wir haben Sims 1 vor 25 Jahren bekommen. Sims 2, Sims 3, Sims 4. Hier, jedes Mal wurde jeder Nachkomme von Sims mit dem Vorgänger verglichen. Jedes Pack wurde verglichen. Jeder hat gesagt, ja, aber wieso haben wir keine Pferde? Ich will Pferde. Also haben wir Pferde gekriegt. Wieso haben wir keine, was weiß ich, mehr Jungfrauen? Ich will unbedingt mehr Jungfrauen. Bei dem und dem Teil gab es aber auch mehr Jungfrauen. Es wurde immer verglichen. Und vielleicht reicht es jetzt mal, dass man immer wieder diese, deswegen sage ich auch, Insoy und Sims 4 sind zwei komplett verschiedene Spiele. Das eine ist in Lebenssimulation, das andere ist in Lebenssimulation. Bis auf das Genre teilen die sich nichts. Deswegen darf man auch die nicht zu krass miteinander vergleichen. Corvus Hallöchen. Das ist super spannend. Genau, Sims 5 wurde auch nie bestätigt. Ja, das stimmt. Genau, es gibt neuen Sims Content und das reicht uns absolut. Genau, dass alles aussieht, funktioniert und vor allem, wann es an den Start geht, wissen wir noch nicht. Allerdings wurde noch bestätigt, dass EA zusammen mit den Amazon MGM Studios einen Sims Film produziert. Das ist cool. Wir sind sehr glücklich, dass in der Partnerschaft mit Amazon MGM Studios unser Team arbeitet auf einem Film, die auf den Sims betätigt hat. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Wichtig, dass wir uns das jetzt angesehen haben. Wir lesen jetzt auch nochmal durch, was der liebe Micha von SimTimes geschrieben hat, denn der ist ja auch eine Content-Maschine und er hat schon ganz viel dazu gepostet. Das werden wir uns jetzt auch mal anschauen. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass es wirklich in Ordnung ist, dass es so sein wird. Wir brauchen kein Sims 5, wenn es stattdessen etwas anderes gibt, das uns befriedigt und es wird ein anderes Sims sein. Es ist halt, und auch an der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass es kein Wunder ist, dass alle von Sims 5 sprechen. Wenn in 25 Jahren vier Generationen eines Spiels gekommen sind, ist es nur logisch, dass die Leute das Sims 5 nennen. Das möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Es ist einfach so. Wir sind das gewohnt, dass es eine neue Generation gibt, die kriegt einfach eine neue Nummer, fertig. Das ist, wie die die ganze Zeit gearbeitet haben. Klar hat EA von Anfang an gesagt, es heißt Project Renee, aber sie haben auch gesagt, dass es erstmal ein nicht-finaler Name ist. Es ist erstmal ein Platzhaltername und deswegen waren alle trotzdem bei Sims 5. Das ist natürlich blöd, das sorgt jetzt hier gerade für richtig viel Verwirrung, aber mit diesem Video können wir uns darauf einstellen und wir wissen jetzt, Project Renee, was vorgestellt wurde, was die Welt gezeigt wurde, was so gezeigt wurde, oder was hier gezeigt wurde. Es wird weitergemacht. Es gibt es und es wird irgendwann veröffentlicht. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und wir müssen uns jetzt weg von diesem Sims 5 gehen und wirklich hin zu Project Renee. Das ist das, worüber wir zukünftig sprechen und worüber wir als Community auch reden werden. Es gibt weitere coole Sims-Projekte, auch mega nice. Da werden wir auch gespannt sein und wir schauen uns jetzt mal an, was der liebe Micha von Simtimes dazu sagt, denn der hat nämlich auch einen Beitrag geschrieben. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Das war nochmal von GameStar. Ich verlinke euch die Quelle von dem Video, was wir gerade geschaut haben, auch nochmal in der Infobox, damit ihr da auch einfach nochmal nachlesen könnt. YouTube noch anmachen. Entschuldigung, ich habe kurz Pause gedrückt, weil ich was organisieren musste mit meinen Links hier. Ich musste die Quelle aktualisieren da unten. Also, die Zukunft der Sims wird interessant. So viel steht einmal fest, vor allem nachdem die Entwickler heute einen Ausblick auf neue Inhalte für das Sims-Franchise gegeben haben. Ergänzend dazu bringt nun ein spannendes Interview von Variety mit EA's Vice President and General Manager of the Sims Kate Gorman einen spannenden Einblick in die Zukunft der Sims, denn ein Die Sims 5 soll es in der Form gar nicht geben. Demnach wolle man keine fünfte Generation der Sims in der altbekannten Art und Weise veröffentlicht, bei denen Spieler mittlerweile seit zehn Jahren die Sims 4 neue Inhalte gekauft und ihre Familien durch das Leben begleitet haben, wieder bei Null anfangen. Und das ist was, was wir richtig gut finden. Wir wollen nicht wieder bei Null anfangen. Wir wollen nicht wieder manche von uns tausend Euro ausgeben für ein Computerspiel mit Erweiterungen. Das wollen wir alle nicht. Und deswegen ist das spannend, was hier geschrieben wird. Bisher waren die Hauptspiele immer ein Ersatz für die Vorgänger. Genau. So hat die Sims 4 beispielsweise ganz offiziell die Sims 3 abgelöst und ersetzt. Nun wolle man an einer neuen Ära für die Sims arbeiten und nicht mehr alte Projekte ersetzen, sondern nur noch neue Projekte in die Sims-Universum hinzufügen. Das ist so großartig. Ich habe, als ich dieses Video gemacht habe, als ich gesagt habe, wir machen dieses Video beziehungsweise diesen Stream, hätte ich nicht erwartet, dass es so positiv ist. Ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich dachte mir, oh nein, jetzt ist Project Renee gecancelt. Von wegen, Leute. Es ist ja so positiv. Es ist gut, dass wir kein Sims 5 kriegen, weil das ist nichts, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass Sims 4 abgeschaltet wird. Also, was heißt abgeschaltet? Wir wollen weiterhin Updates für die Sims 4. Wir wollen weiterhin coole Mods ins Spiel laden von coolen Creatoren. Wir wollen tolles CC haben, das erstellt wird. Klar, irgendwann gibt es alles. Irgendwann haben wir alle Packs. Irgendwann haben wir alle Mods, die es so gibt. Irgendwann ist es fertig, sage ich mal. Aber das ist auch positiv. Also, ich bin ein Fan von fertigen Spielen auch einfach. Guck mal, wenn wir weniger Packs von EA kriegen, weil wir irgendwann alles haben, das hat ja den Vorteil, dass wir auch weniger Bugs haben, weniger Updates machen müssen. Und das ist ja auch was Gutes. Und trotzdem können wir ein fertiges Spiel weiterhin spielen. Also, ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock. Und worauf ich mich richtig freuen würde, weil ich auch gerade die Nachricht von Stephanie im Chat lese, ich wünsche mir eine historische Welt, ich würde mir wünschen, dass sowas wie Sims Mittelalter nochmal kommt. In neu. Dass Sims, was habt ihr letztes Mal geschrieben? Dieses Reiseding, Abenteuerreise oder sowas, dass sie einfach eigenständige, fertige Spiele rausbringen. Mittelalter wäre so cool zum Beispiel, ne? Wo auch ganz anders, also ganz anders als Sims 4 mit einem Pack für Mittelalter. Das will ich gar nicht. Ich will kein Mittelalter-Pack. Ich will die ganze Welt, dieses ganze Universum von Sims in dem Mittelalter-Stil. Und sowas kann man jetzt dann umsetzen mit dieser neuen Art, die sie machen wollen. Das finde ich voll spannend und super aufregend. Mia, Hallöchen, schön, dass du hier bist. Machst dir gemütlich gute Besserungen an dich. Voll für eine Decay-Challenge. Das wäre so cool. Ja, aber wenn wir alles haben, können die alten Sachen revamped werden, wie zum Beispiel Berufe nach Uni, Studiengänge hinzufügen. Absolut. Das wäre natürlich ein Träumchen, wenn das auch genutzt wird, Asil-Chan, für die neuen, also für die neueren Packs, dass die auch im Hintergrund geupdatet werden. Weil wir haben letztes Mal festgestellt, dass bei Sims 4 jetzt der Nachteil ist, dass ich Uni-Leben schon sehr lange im Spiel habe. Für alle, die Uni-Leben haben. Das Pack existiert schon lange. Und wir haben den Nachteil, dass bei Uni-Leben leider einige Berufe nicht studierbar sind, die nach dem Uni-Pack gekommen sind. Und das ist super schade, weil wir wollen ja auch, also wir wollen ja alles Mögliche studieren. Wir wollen zum Beispiel, dass Psychologie, das Studium Psychologie, auch einen Vorteil schafft für das, für den Beruf als Paartherapeutin. Ich weiß gerade nicht, oder Paartherapeut, ich weiß gerade nicht, ob das greift. Wir haben es noch nicht testen können, aber ich glaube nämlich nicht, dass es so ist. Also Chat war sich relativ sicher, dass es wohl nicht so ist. Ne? Ja. Ja, genau, Rabenama, das meinte ich, ja. Genau, dann können Sie die ganzen alten Themen mal überarbeiten. Das wäre so schön. Aber in echt kann man ja nicht jeden Beruf studieren. Ja, jein, also ich meine, das ist jetzt gar nicht das Thema Wolfszeit. Es geht eher darum, dass zum Beispiel, also in dem Fall ist ja ein, wenn du Therapeut wirst, ein Paartherapeut, das ist ja schon ein Studiumsberuf. In Sims kannst du ja jeden Beruf auch ohne Studium machen. Du brauchst ja das Uni-Pack nicht und du brauchst ja kein Studium, um in einem Beruf zu starten. Du kannst bei jedem Beruf mit Stufe 1 starten. Aber ich fände es eigentlich schon cool, wenn du auch ein Studium machen kannst für den Beruf. Das wäre halt schon cool, dass man das selbst entscheiden kann. Möchte ich diesen Beruf studieren und möchte ich da ein höheres Einstiegsgehalt direkt haben oder halt nicht, ne? Also, ich meine, klar gibt es bestimmt ein, zwei Berufe, für die man bei Sims jetzt speziell kein Studium braucht, aber selbst da fände ich es interessant, weil man, also man steigt, steigt ja schon sehr hoch auf, auf jeden Fall. Indie sein, wäre auch ein Studium. Ja, wäre cool, auf jeden Fall. Josi, hallöchen! Damals bei Sims 2, da gab es doch die Sims-Lebensgeschichten, Sims-Tiergeschichten, Sims-Inselgeschichten, es war voll toll, vor allen Dingen bei Inselgeschichten. Ja, und sowas könnte ich mir richtig gut vorstellen. Also, es wäre toll. Ähm, die Sims 4 steht weiter im Fokus, hat er noch geschrieben. Dabei betonen sie, dass man auch weiterhin die Sims 4 mit neuen Erweiterungen, Updates und Fehlerbehebungen versorgen will. Aber wie neue die Sims-Spiele hinzukommen, soll sich fortan ändern. Dies haben die Sims-Entwickler schon ganz am Anfang bei der Vorstellung von Project Renee betont. Project Renee ist ein Arbeitstitel. Mhm. Und deswegen haben alle gedacht, weil es der Arbeitstitel ist, dass es trotzdem Sims 5 ist, was nicht so ist. Eines neuen, großen die Sims-Ablegers, den auch wir der Einfachheit halber die Sims 5 bezeichneten. Man wolle künftig Sims 4 und Project Renee parallel laufen lassen. Nun wird der Gedanke also weiterverfolgt. Es ist so gut. Es ist so gut. Doch was heißt das nun konkret? Auch Variety hat nachgefragt, ob es denn nun wirklich keinen Sims 5 geben wird. Gorman antwortet darauf, es sei kein Sims 5 als ein Ersatz für Sims 4. Weiter. Das bedeutet, dass wir weiterhin HD-Simulation und das, was sich Leute unter einer 5. einer 5-Vorstellung anbieten werden. Aber es bedeutet nicht, dass wir euch dazu bringen, von vorne anzufangen und all eure Fortschritte aufzugeben. Man wolle, dass Spieler weiter ihren Fortschritt und ihre Familien beibehalten können. Und so solle man nicht über die Zahlen im Spielnamen nachdenken. Wenn man über die Zukunft im Die Sims 5 Franchise nachdenke, soll es mehr darum gehen, den Fortschritt und all die Dinge titelübergreifend beizubehalten, um eine fortlaufende Erfahrung zu haben und keinen Start- und Stopp-Erfahrung zwischen einzelnen Titeln. Ja. Sekunde. Falls es tatsächlich Erweiterungspacks mit Mittelalter etc. geben würde, hätte ich dann gerne wieder Sims 3 die Option, es auszustellen. Ja, ich glaube fast, dass sie es nicht mehr, also ich glaube, ich weiß nicht, wie sie es machen wollen. Ich bin aber gespannt. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt. Was bedeutet das für Projekt, für Project Renee? Was heißt das nun? Da steckt natürlich allerhand Marketing-Spreach drin. Das, was konkret könnte diese, doch was, Entschuldigung, ich fange nochmal von vorne an. Doch was konkret könnte dies nun bedeuten? Zunächst, die Sims 4 wird weiter am Leben erhalten und es wird weiter die Sims 4, also die Sims-Spiele geben, von denen aber wohl keines ein Fünf, eine Fünf im Namen trägt. Denkbar wäre, dass es einfach nur ein neues Die Sims gibt. Das wäre nicht so unüblich, dass Spielreihen einfach den Originalnamen ohne eine Fortsetzung im Titel aufgreifen. Doch wie will man eine titelübergreifende Erfahrung schaffen? Wird Project Renee vielleicht nur eine neue Art Spielwelt, eine andere Möglichkeit und deine Sims können aus Die Sims 4 in diese neue Spielwelt und wieder zurückreisen? Wird es das übergreifende Multiplayer geben? Eher unwahrscheinlich. Werden Spielstände aus Die Sims 4 in ein neues Die Sims Spiel importiert werden können? Wir sollen schon bald mehr erfahren und vielleicht erhält Project Renee dann bald einen offiziellen Namen. Vielleicht lautet dieser dann einfach nur Die Sims. Update. EA plant ein Die Sims 4 Hub. Auf Twitter beziehungsweise Ex teilte nun Geoff Keigel Keigel Das ist immer ein bisschen schwierig die Namen die Menschen Geoff ein Foto sehr hilfreich immer alle Informationen auf einen Schlag zu bekommen. Ja, also ich würde mal sagen abschließend es ist okay für uns dass wir kein Die Sims 5 kriegen denn wir kriegen was ganz anderes und das wahrscheinlich in viel besserer Form. Wir wollen kein Sims 5 wir wollen nicht schon wieder 1000 Euro in dieses Spiel stecken müssen natürlich hat es nicht jeder von uns gemacht aber sehr viele haben sehr viel Geld reingesteckt und wir wollen einfach nur eine coole Lebenssimulation spielen wir wollen das spielen was uns Spaß macht und aktuell würde ich behaupten macht vielen von uns Sims 4 einfach auch noch viel Spaß und warum sollte man etwas ersetzen wenn man ja warum sollte man etwas ersetzen wenn man doch mit irgendwas zufrieden ist also ich bin gerade sehr happy mit Sims 4 klar es gibt immer wieder Schwierigkeiten mit manchen Packs und so weiter und so weiter aber ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen beruhigt zu wissen dass Sims 4 weiterhin geupdatet wird und dass es weiterhin Mods dafür geben wird Custom Content dass es vielleicht noch das eine oder andere Pack geben wird ich bin ganz froh auch wenn Sims jetzt schon 10 Jahre alt ist 10? 15? 10? bin ich einfach nur froh dass es ja noch weiteren Content dafür geben wird Burgenschlösserobjekte haben wir ja schon mal das stimmt ich hätte mir Sims 5 eh nicht gekauft bin bisher groß und ganz zufrieden mit Sims 4 gibt noch einiges zu verbessern und wie eben gesagt noch Dinge aus 2 und 3 rüber zu holen da brauche ich nicht was komplett Neues was womöglich einen neuen PC erfordert finde es gut dass die Sims 4 weiterlaufen laufen lassen werden und zum Beispiel haben sie jetzt auch gerade eine große DirectX Verbesserung gemacht sie haben jetzt DirectX 11 statt 9 das heißt sie arbeiten ja auch aktiv dran dass das Spiel besser wird und ich würde mir jetzt einfach wünschen dass das jetzt auch hier so ein bisschen der Startschuss ist weil sie Sims 4 eben noch auf ihrer Agenda haben dass dieses Spiel auch weiterhin Performance verbessert wird ja das wäre richtig richtig cool da würde ich mich total drüber freuen und auf alles andere freuen wir uns einfach was kommen wir werden es erfahren Multiplayer wäre cool natürlich und wir haben uns auch schon gefragt wie soll man denn Multiplayer irgendwie in Sims 4 einbringen das ist schon so fertig das Game da einfach was ganz Neues draus machen hört sich gut an ne Ägypten Paris und Rom ja da gibt es schon viele Möglichkeiten die man machen kann 10 ja 10 Jahre ja mehr als okay sonst startet man wieder beim Base Game wartet allein 2 Jahre auf Wetter und Haustiere oh mein Gott ja und ich bin auch ich hab ich sag euch das ja immer immer wieder dass ich nicht ich bin kein Fan von Vergleichen ich finde es nicht in Ordnung alles miteinander zu vergleichen natürlich passiert das schnell und wir sind auch einfach wir sind schnell in Sachen vergleichen zum Beispiel wenn ich mir die ganzen Insoi Reviews anschaue auf YouTube viele vergleichen immer wieder Insoi mit Sims 4 und ich hab ich bin der Meinung dass Insoi ein komplett eigenständiges Spiel ist ich finde es eher zu vergleichen mit GTA oder so weil das ist grafisch allein schon viel ähnlicher als jetzt Sims 4 nur weil das im Genre Lebenssimulation ist kann man jetzt nicht so exakt viele Vergleiche ziehen klar ist es interessant zu sehen wie hat Sims 4 das mit den Babys gelöst wie hat Insoi das mit den Babys gelöst aber da zu sagen da ist es besser hier ist es schlechter oder umgedreht finde ich einfach schwierig weil das kann ja sein dass es da besser gefällt oder hier besser gefällt aber am Ende sind es zwei komplett andere Spiele und die haben andere Ideen andere Menschen haben an diesen Spielen gearbeitet das ist eine komplett andere Engine und so und dann ist es ja toll das auch unterschiedlich abzusetzen und unterschiedlich umzusetzen meine ich es sind einfach nur beides Lebenssimulation voll Autos würde ich cool finden war auch ganz positiv überrascht dass sie anscheinend auch viel an der Performance gearbeitet haben ja und das ist ja was was wir immer wieder bemängeln dass die Performance langsam nachgibt und da rede ich jetzt nicht über meine 140 GB Custom Content im Spiel sondern wirklich über die Performance vom Game weil man merkt schon dass das Spiel langsam schwächelt auch durch die ganzen Packs die man hat ich finde dass Sims 4 jetzt erstmal langsam so ist dass es wirklich Spaß macht zu spielen Inhalte einfach da ist wäre jetzt Sims 5 rausgekommen hätte ich es gar nicht gespielt weil ich einfach weil es einfach nervig ist bis man endlich Jahreszeiten und Säuglinge hat und sowas genau und ich glaube dass auch das EA gut tun würde ich meine die sind natürlich auch ein bisschen die mögen es schon auch Geld zu verdienen das wissen wir alle aber sie wären auch schlau wenn sie das jetzt anders aufbauen weil viermal hat es jetzt geklappt mit vier Generationen hat es geklappt insane viel Geld zu verdienen und es hätte ich glaube es wäre zwar mit 5 auch nochmal gut geworden aber es wäre auch so viel Shitstorm gekommen wenn wieder dieses Pack System aufgekommen wäre deswegen ist es gar nicht schlecht dass sie jetzt das mal anders angehen wollen das Thema mit Ingame Verkäufen wahrscheinlich auch wieder aber das ist schon mal sehr sehr cool dass sie da ein anderes eine andere Herangehensweise machen irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen warte mal jetzt muss ich nochmal durchlesen ne ich hab's vergessen aber ja die seh ich auch so Tiere mit rein ja find's cool dass die Sims Konkurrenz bekommt wie zum Beispiel Insoi ja absolut schau gerne auf dem Discord vorbei und update auf jeden Fall mal deine Mods macht es Lena schön dass du da warst insoi soll ja soweit ich weiß eine realistische Lebenssimulation werden dort wird es wohl keine Vampire Kupflanz und so weiter geben nun schon deshalb ist es ein ganz ganz anderes Spiel absolut Andi und es ist auch beides koexistent also genau was ich sagen wollte selbst wenn jetzt Project Renee wir reden mal von den zwei Jahren vielleicht wenn das 2026 vielleicht veröffentlicht wird dann wird Sims 4 nicht einfach weg sein ne und das ist richtig toll weil überlegt mal was spielt ihr noch so an Cozy Games zum Beispiel ihr könnt mir nicht sagen dass die meisten von euch nur Disney Dreamlight spielen zum Beispiel viele von uns spielen Disney Dreamlight vielleicht noch Sims dann vielleicht noch Coral Island dann noch das Cozy Game dann noch hier ein Cozy Game weil wir Bock auf mehrere Games haben wir wollen nicht immer das gleiche spielen und das tut Sims 4 gut dass wir verschiedene Games haben dann spielen wir Sims 4 wir spielen Project Renee wir spielen vielleicht Insoi und auch Insoi wird Sims 4 nicht ablösen das wird parallel gespielt da bin ich mir ganz ganz sicher House Flipper genau solche Games halt die in diese Richtung gehen das ist wie mit Shootern also wenn ich Modern Warfare 2 spiele heißt das nicht dass ich jetzt Modern Warfare 3 nicht spiele manchmal spiele ich dann lieber Modern Warfare 2 manchmal spiele ich lieber Modern Warfare 3 oder ich spiele keine Ahnung irgendein anderes Ballerspiel irgendeinen anderen Shooter weil die nicht alle gleich sind man kann die nicht alle miteinander vergleichen und jedes Spiel hat dann auf seine Art Vorteile warum man das jetzt gerade eher spielen möchte und so wird es auch in Zukunft sein und das klingt einfach wunderbar ich freue mich drauf und ich bin gespannt was noch kommen wird ich freue mich dass das Ganze hier in eine sehr positive Richtung ging ich hatte wirklich ein bisschen Angst als ich dieses Video machen wollte weil ich dachte oh mein Gott Sims was ist jetzt los mit Project Renee haben sie es jetzt einfach gekantelt sie waren doch schon so weit es gab doch schon so viel Infos dazu dann wäre ich wirklich traurig gewesen aber so ist es nicht zum Glück meine Lieben wir werden weiterhin an Project Renee glauben wir freuen uns drauf und dann würde ich auf jeden Fall die Aufnahme jetzt mal beenden schreibt mir gerne auch in die Kommentare was ihr denkt was ihr zu dem ganzen Thema sagt wie sehr euch Sims 5 als Name auf den Keks geht und wir können uns ja alle mal darauf einigen dass wir Sims 5 aus unserem Sprachgebrauch einfach mal streichen ab sofort einfach mal streichen auf die Bannliste im Kopf setzen danke fürs Schauen des Videos lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da würde ich mich total freuen und falls ihr meinem Kanal noch nicht folgt macht das gerne ich bringe sehr viel Sims 4 Content forever and ever ab sofort okay gut tschüss äh ds über 裡面 b